Weiterhin muss er sagen, entweder zwei oder drei Pferden. In der Prüfung darf der Führende kommen jetzt mit seinem zweiten Pferd. Das Canyon Power, Niklas Kaiser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Führung, doppelführung für Niklas Kaiser. Mit Canyon Power, 0 Punkte, 53,64 Sekunden. Damit verdrängt er sich selber mit seinem ersten Pferd auf den zweiten Rang. Mit Ballerei hatte er 53,05 Sekunden. Kim Kabuli mit der Hannibalette aktuell auf 3.